Deutschland, das sind fast 82 Millionen Menschen in der Mitte Europas. Bekannte Gesichter, bekannte Geschichten und es ist noch viel, viel mehr. Und das alles gibt es auf einem Kanal. Fakten und Hintergründe, Rückblick und Ausblick, Kultur und Multikultur, Freiheit und Verantwortung, Spitzentechnologie und Umweltschutz. Deutschland erzählt viele Geschichten auf einem Kanal. Schau es dir an, denn Deutschland ist mehr, wenn du dabei bist. Deutschland ist mehr, wenn du dabei bist. Vielen Dank.